Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der Thüringer Tourismus GmbH. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Reisen, Reisen. Der Podcast. Wenn ihr das zum ersten Mal hört, es sei kurz erklärt, wir sind zwei Freunde, wir sind zwei Journalisten, zwei Autoren. Wir bereisen die Welt und wenn wir zurückkommen, erzählen wir davon, erzählen Geschichten und hoffen, euch damit inspirieren zu können. Die Welt mit eigenen Augen zu sehen, vielleicht auch zu reisen oder wenn ihr nicht reist, dann träumt euch mit uns hin. Mein Name ist Michael Dietz, der Mann mir gegenüber ist Jochen Schliemann. Hallo Jochen. Hi Michael. Das Ding ist bei uns, manchmal reisen wir ganz weit durch die Welt, wir machen es manchmal dann auch zusammen, dann sind wir auf anderen Kontinenten. Manchmal reist einer von uns, erzählt dem anderen eine Geschichte, so ist es heute und manchmal sind wir auch mitten in Europa, im Herz von Europa und manchmal sind wir an Orten und das mögen wir besonders, wenn wir euch überraschen. Ich habe in meinem Leben noch nie gesagt, diesen Sommer, diesen Herbst, diesen Winter oder diesen Frühling, ich fahre nach Thüringen. Ich habe es so noch nie gesagt in dem Kontext. Ich war aber schon da und ich war schon mal in Erfurt und ich habe ganz viele Leute in meinem Leben getroffen, die dort auch schon waren und gesagt haben, Mensch Erfurt, ich hatte es gar nicht auf dem Zettel, es war wunderbar. Deshalb bringen wir euch immer natürlich auch Regionen, Städte in Europa, mitten in Europa ganz nah und heute sind wir tatsächlich in Thüringen unterwegs. Jochen Schliemann war gerade erst da und ist dorthin gereist für ein paar Tage, hat sich das für euch angeschaut und ist jetzt zurück. Hat ein bisschen Glänze in den Augen, ein Lächeln auf dem Gesicht, das freut mich sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns heute erzählst. Drop ein paar Highlights, mach uns verrückt. Ich bin auch ein bisschen braun geworden, hast du gesehen? Ja, du hast Farbe im Gesicht. Ja, ich war viel draußen unterwegs. Du hast einen guten Tern, wie wir in der Reisebranche sagen. Das Lebensstil der perfekten Bräune rückt näher. Ja, das heißt, der Mann war in einer frischen Luft, das tut ihm gut. Das ist gut, wenn er in einer frischen Luft ist. Einmal im Jahr darf ich raus. Ja. Ich werde in dieser Folge, du sprichst von Highlights, zu dem, was ich schon immer sein wollte, zum Kapitän. Käpt'n Schliemann? Genau, Käpt'n Schliemann zum Kapitän meines eigenen Hausbootes. Ich will sagen… Ja, geil. Ja. Okay, das habe ich noch nie gemacht. Genau, ich auch nicht. Ich war denn hier auf dem Hausboot. Ich auch nicht, ich hatte es immer vor. Wir widmen uns hier der ganzen Urlaubsphilosophie des Hausboots, sozusagen. Das machen viele Menschen, das liegt auch mega am Trend. Ich weiß jetzt inzwischen auch warum und warum ich das auch immer machen wollte. Außerdem entdecken wir ohne Zweifel, du hast es gerade schon kurz genannt, zumindest den Namen, eine der schönsten Städte Deutschlands. Ja, geh ich mit, geh ich mit. Erfurt meinst du? Ich war hin und weg. Es ist echt abgefahren, wunderschön, sehr viele liebe, schlaue Menschen, die selbst in nicht immer leichten Zeiten, wie wir sie manchmal alle so haben, umso wichtiger sind. Also eine ganz spannende Stadt auch. Ich rudere durch eines der größten und schönsten Naturgebiete Deutschlands, unter anderem den Thüringer Wald, aber auch noch ganz anderen Ecken Thürings. Ich sehe Bergseen wie an den Alpen, jetzt wird es abgefahren. Ich habe so Ecken gefunden, die würdest du da niemals hin verorten nach Thüringen. Ich stehe an 1A-Tauchseen mit einer klaren Sicht unter Wasser wie im Fernsehen. Also als wenn du so eine Doku siehst und denkst so, das gibt es doch gar nicht. So klar. Und das ist in Thüringen. Das ist in Thüringen. Stark. Und überhaupt Natur, Natur, Natur. Also Stichwort die nationalen Naturlandschaften Thürings, davon gibt es da einige. Und zum Abschluss gehe ich in eines der besondersten Restaurants, in dem ich je in meinem Leben war, von einer berühmten Köchin, die einen ganz eigenen Weg geht. In Thüringen und Erdfurt sind wir unterwegs und irgendwie, irgendwie geht es immer um Wasser. Das habe ich rückwirkend erst gemerkt. Ich saß irgendwann, als ich ein paar Notizen konnte, das spielt immer Wasser eine Rolle. Für alle, die in Erdkunde jetzt nicht so aufgepasst haben, Thüringen liegt nicht am Meer. Nein, nein. Es liegt mitten in Europa, ganz mittendrin. Ja, also es ist sehr naturlastig. Es hat eine der schönsten Städte Deutschlands. Ein fantastisches Restaurant und Wasser, Wasser, Wasser. Ihr werdet sehr überrascht sein, so wie ich es auch war und du sowieso. Ich freue mich. Mein Vater arbeitet in B2B Marketing. Er kam bei mir für Career Day und sagte er war ein großer Roaz-man. Dann sagte er alle, wie viel er liebte, wie er seine Reaktion auf Adspend hat. Meine Freunde sind immer lachen, mich zu diesem Tag. Nicht jeder kriegt B2B. Aber mit LinkedIn, du kannst dich erreichen, die Leute die tun. Ihr Lieben, bevor es mit Reisen, Reisen losgeht, hier noch eine dringende Podcast-Empfehlung. Unser Freund... Haben wir sowas? Ja, unser Freund, Obacht, Erik Lorenz, furchtbar netter Typ, liefert wöchentlich einen unserer Lieblings-Podcasts, den Reise- und Abenteuer-Podcast Weltwach. Darin redet er jede Woche mit Abenteurerinnen, Wissenschaftlern und anderen Reisenden übers Unterwegssein, darüber, wie es ist, extreme Reiseträume zu haben, von der Tiefsee bis zum Weltall. Er spricht zum Beispiel mit Florian Huber, der ist Tiefsee-Archäologe und Forschungstaucher und mit dem spricht er über einen Maya-Friedhof in den Tiefen einer mexikanischen Unterwasserhöhle. Das ist wirklich furchtbar spannend. Oder Erik unterhält sich mit Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar über wirklich wichtige große Fragen, wie zum Beispiel, wie wir alle unsere Beziehung zur Natur wieder stärken können. Und einmal im Jahr, ihr wisst das in der Reisen-Reisen-Community, machen wir sogar eine Folge zusammen mit Erik. Wir verkünden quasi jedes Jahr die Reisetrends des Jahres. Also wenn ihr Reisen reisen mögt, dann mögt ihr bestimmt auch Weltwach mit Erik Lorenz. Herzliche Empfehlung findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Soll ich mal anfangen? Ja. Ich fang mal an, oder? Ich sitze, und das ist nicht übertrieben, in einer der schönsten Städte Deutschlands. Erfurt. Erfurt. Mit den Füßen im Wasser. Ich sitze unter einer Brücke. Eine Brücke, die total abgefahren schon für sich ist, weil sie eigentlich ist wie eine kleine Stadt. Denn auf dieser Brücke reihen sich nebeneinander diverse Fachwerkhäuser aneinander. Also so unterschiedlich farbige Fachwerkhäuser. Also diese urigen Häuser, so Skelettbau aus Holzbalken, kennst du? Und dazwischen so diese Zwischenräume mit Lehm verputzt oder halt Mauerwerk, Fachwerkhäuser. Und da steht eins in Gelb drauf, mal in Rot, mal in Weiß und immer das Braun dieser Balken dabei noch. Mit Balkonen manchmal davor, ganz kleine, süße Balkone. Oder halt so ein Erker, also wo man so drin sitzen kann, so ein Holzvorbau, wie wir sie auch öfter mal in Südtirol oder so gesehen haben. Sieht man in vielen alten Altstädten, sage ich jetzt mal. Und diese Fachwerkhäuser sind eine der schönsten Aneinanderreihungen von so etwas, das man, glaube ich, jemals finden wird. Das Ding ist, die Dinger stehen nicht auf dem Boden, sondern darunter fließt dieser Fluss, an dem ich jetzt sitze, mit den Füßen im Wasser. Die stehen quasi auf dem Wasser, auf Stelzen, auf Holzstelzen. Das ist die Brücke. Auf der Brücke sind diese Häuser. Ah, ich kann mich erinnern. Die Krämerbrücke. Ja. Weltberühmt. Also wirklich, also wenn du Erfurt googelst, wirst du relativ schnell von der Krämerbrücke hören. Siehst du ein paar Bilder, denkst du, okay, ganz cool. Und wenn du da vorschießt, denkst du, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Weil halt diese Häuserzeile, diese Fachwerkhäuser an sich schon eine Attraktion sind, nur sie schweben halt praktisch immer oben, weil da drunter halt diese Brücke ist. Meine Füße bat ich, wie gesagt, im Wasser in einem Fluss namens Gera in Erfurt. Und ich höre gleich auch auf mit dem Wort schön, aber es ist nun mal eine der schönsten Städte, die ich jemals in Deutschland erleben durfte. Und ich bin völlig weggebeamt von meinem ersten Tag in der Hauptstadt Thürings, von der ich aus halt in den nächsten Tagen diese Gegend erkunden werde, wovon ich jetzt erzähle. Und erstmal bin ich an dem Tag, an dem ich mich beschlossen habe, meine Füße ins Wasser zu halten, bin ich vorher so stundenlang durch so ein Gässchen-Geflecht von der Altstadt geirrt. Du kennst das, ne? Wenn du so ankommst und dann so denkst du, oh, ist ja ganz cool. Erstmal loslaufen. Genau. Erstmal reinwerfen. Verlaufen. Verlaufen. Wie schön das ist, wenn man sich verlaufen kann. Das ist ja toll beim Reisen. Ich verlaufe mich unfassbar gerne. Ja, und in der Stadt sowieso, weil man kann es kaum noch als Altstadt bezeichnen, weil man das Gefühl hat, die Altstadt ist eine Stadt, weil es so groß ist und so verwinkelt. Und du entdeckst immer wieder Sachen und es ist wirklich, wirklich schön, würde ich nicht so oft sagen, habe ich mir vorgenommen, schick. Auch gut. Eleganter Übergang, Herr Schliemann. Fachwerkhäuser in allen Farben, nicht immer auf Brücken, aber generell wirklich schön renoviert und in Stand gehalten und so. Und circa darin eine Million Cafés. Also das größte Problem an dem Tag war für mich zu entscheiden, wo setze ich mich rein oder vor. Gott gibt es da viele schöne kleine Ideen, Leckereien, nette Leute, die irgendwie Kaffee machen oder irgendwas anbieten. Einfach so flanieren. Wahnsinn. Also ich wäre da fast hingezogen in dem Moment. Klingt so nach einer vierten Mahlzeitstadt. Total. Es hat touristische Ecken. Also es ist natürlich, bin ich der erste Mensch, der herausfindet, wie schön Erfurt ist. Das heißt, es gibt natürlich auch Gastronomie, die so ein bisschen mehr auf Touristen ausgerichtet ist. Aber du findest immer wieder dazu schon, zwar ziemlich oft, also das echte Erfurter Leben. Du siehst da ganz viel, wie gesagt, Studentenkneipen oder halt eben diese Cafés von jungen Leuten, älteren Leuten, die Ideen haben, die Sachen wirklich handwerklich gut machen und denen das wichtig ist. Und in der Mitte dieser Stadt thront der Dom, der Erfurter Dom. Den habe ich fast als erstes gesehen, als ich angekommen bin. Der thront wirklich, weil er wirklich auf so einer, sagen wir mal, auf so einer Plattform, das ist nicht das richtige Wort, aber du gehst halt eine riesige, große, breite Treppe dahin hoch. Das Abgefahren ist, dass der mehrere Spitzen hat und daneben auch gleich noch eine Kirche steht, die Severi-Kirche. Von unten monumentaler Anblick. Also dieses ganze Kirchen, diese ganzen Kirchengebäude, diese Treppen, die da hochführen und so weiter. Und wenn du dann da oben bist und dir das alles angeguckt hast, samt diesem natürlich imposanten Interieur, das es da so gibt und dich umdrehst, siehst du halt wieder die Treppe runter, siehst du auf die Altstadt rauf. Dazwischen ist der Domplatz, darauf ist ein ganz toller Markt, ein Lebensmittelmarkt, da darfst du noch die Erfurter viel einkaufen. Ich weiß nicht, ob der täglich ist oder wöchentlich, als ich da war, war er. Lebensmittelmarkt, auch mit Klamotten und so, aber wirklich schön. Wie gesagt, Dom, oben, große Treppe runter, wenn du oben stehst, siehst du den Domplatz und dann eröffnet sich so die Altstadt. Ich kann mich in diesen Blick erinnern, also bei mir ist es lang her, dass es das letzte Mal in Erfurt war, also da wird es schon auf jeden Fall zweistellig in der Jahreszahl. Aber ich kann mich erinnern, ich war im Sommer mal da und es war warm und man hat dann abends auf dieser Treppe auch gesessen. Ja. Also wir haben auf der Treppe, ganz viele Leute haben da gesessen und so in Grüppchen und man hat sich da getroffen und hat da so ein bisschen abgehangen, bis alle da waren und ist dann quasi in die Altstadt so ein bisschen gezogen zum Ziel. Also ich habe da ein wunderschönes Bild noch so im Kopf, so warme Sommernacht, du hast diesen beleuchteten, richtig cool beleuchteten Dom im Hintergrund und sitzt so und hängst so auf dieser Treppe ab mit einem Glas Wasser in der Hand oder was mit Bubbles. Ja. Und wenn du genau hinschaust, ahnst du so ein bisschen schon, wo sie ist, wo es mich dann letztlich hingeführt hat durch das Gästchengeflecht, ist die Krämerbrücke, zu der ich mich dann so über den Tag durch, das war wirklich ein warmer, spätsommer Tag. Deshalb hast du die Farbe. Ja, ja. Obwohl, der Grund kommt gleich noch. Okay. Halleluja, ich war ja Kapitän. Ja, das stimmt. Und auf dem Wasser wirst du braun, Alter. Wir haben ja vorher gesagt, creme dich ein, Junge. Habe ich gemacht. Fünfziger? Ja. Schön. Und das war bitter nötig. Also nicht nur, weil ich jetzt so diese edle Blässe haben will, um es mal vornehmen auszudrücken, sondern weil die Sonne einfach von allen Ecken kommt, dann das Wasser reflektiert muss. Wir sind ja hier jetzt kein Gesundheitspodcast, das wisst ihr auch alle da draußen. Aber ich habe aufgepasst. Es hat sich gelohnt, es sieht trotzdem ein bisschen frischer aus. Ich habe mich vorgearbeitet zur Krämerbrücke über diesen Tag und sitze halt jetzt mit den Füßen in der Gera. Und da kommt tatsächlich so ein Mann, neben mir so ein älterer Mann, der gerade Gast, die geht mit seinem Hund einen Dackel tatsächlich. Und selbst der Dackel steht mit den Tatzen im Wasser, weil es relativ warm ist. Und ich habe irgendwie in dem Moment gedacht, ich habe Bock auf Wasser, weil die Zeit war nicht so ausplaniert, die ich hatte. Ich gehe jetzt mal auf Wasser und gucke mich, wo mich das so hinführt. Also auf Google Maps einfach mal so geguckt, so wo führen die Flüsse hin und so weiter. Thema. Irgendwie ist Wasser und rückwirkend habe ich gemerkt, dass es immer eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel in folgender Situation. Und jetzt kommen wir langsam zu meiner gesunden Bräune, die ich gerade habe. Ich stehe ein paar Tage später hinter meinem Hölzern, in ganz edel polierten, so dunkles Holz, Steuerrad. Habe eine Hand an der Stirn, um meine Augen zu schützen und blicke in die Ferne und schippere mit satten 10 kmh oder so. Ich glaube, man kann es umrechnen, ich sage mal so 10 kmh, wenn man es wissen über einen großen See, der da hinten um eine Biegung geht. Die heißt Drachenzunge, habe ich mir erklären lassen. Dahinter soll der See noch ein bisschen ruhiger sein. Und der windet sich so durch so eine ganz schöne grüne Wald- und Berglandschaft, Hügellandschaft, nicht Berge, Hügellandschaft. Ich bin fast alleine in dieser Szenerie. Ich wollte fragen, du hast ganz alleine dieses Boot gesteuert. Ich wusste, dass es kommt. Natürlich wusste du, dass es kommt, weil du hattest ja wahrscheinlich selbst Zweifel. Also man hat dich an das Steuer gelassen, man darf das fahren. Ich stelle gleich die zweite Frage hinterher, weil die Beantwortung der ersten Frage wird ja Zeit dauern. Die zweite Frage, hattest du eine Kapitänsuniform an? Ich bin so angereist. Ich habe sofort Bilder. In Erfurt schon. Ja, ich bin Kapitän, mein Name ist Schliemann, guten Tag. In der Deutschen Bahn. Ahoi. Ich gehe auf ein Hausboot, ich bin Kapitän. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich wusste das ja alles. Ich habe Bilder im Kopf, die sind herrlich. Du so im Bordbistro und so. Haben Sie Küstennebel? Ich bin ja Kapitän. Ich will nach Hause. Nein, ich hatte sie innerlich an. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich erkläre gleich, wie es dazu kam. Aber ich war tatsächlich alleine auf diesem Boot. Ich bin alleine da durchgefahren. Ich war alleine auf dem Boot und ich bin alleine durch diese Landschaft gefahren. Und das wirklich bemerkenswerter war, es war wirklich auch kaum jemand auf diesem See, was ich bis heute nicht verstehe, weil es eine wunderschöne Szenerie war. Also so ein gemalter See, das sah fast so aus wie in Schweden oder so. Weil halt, wie gesagt, diese rechts und links Wald war so ein paar Campingplätze, noch so an manchen Ecken. Aber sonst hoben sich auch so ein, wirklich ging es ein paar Hügel in die Höhen. Da standen auch, also einmal war da so eine richtige Steilwand mit so großen Fichten oder so. Also wirklich malerische Natur, grün und blau. So, von oben dann die Sonne. Ich habe irgendwie zwei Sub-Borderinnen, fuhren mal so an mir vorbei, so ein Angler. Ja, mich überholt, die Sub-Borderinnen. Danke. Selbst, was soll das? Ich bin ja oft mit dir unterwegs, aber du, Rade, mit Steuer von einem Boot, finde ich stark. Ich freue mich ja auch für uns. Die kannten mich ja nicht, deswegen haben sie mir das Boot ja gegeben. Also gut, es liegt ja jetzt auf Grund. Die MS Schliemann hat es nicht geschafft. Genau, die Sub-Borderinnen habe ich dann abgeschleppt. Nein, die zwei fuhren an mir vorbei, da war ein Angler noch auf einem kleinen Boot. Ein, zwei kleine Motorboote vielleicht, aber sonst wirklich nichts. Da war kein Mensch, weit und breit. Und in dieser spektakulären Szenerie. Und ich war wirklich so ein bisschen König von meinem eigenen Land, Kapitän von meinem eigenen Boot. Gut, es war gemietet, aber darauf kann man essen, darauf kann man trinken, davon kann man runterspringen. Da kann man auch wieder reinklettern, da kann man chillen, fast überall, wo man will. Das klingt mega entspannend. Das ist mega geil. Also gerade, wenn man auch seine Ruhe haben möchte und da ins Wasser reinspringen möchte und da ist ja keiner, dann kann man ja im Grund so wie Gott einem schuf einfach in diesen See rein. Ich hatte ja die Kapitänsuniform an, das war ein bisschen schwer dann, als ich rausgekommen habe. Aber die kannst du ja trocken lassen. Das habe ich wieder gemacht. Darauf bin ich auch gestern erst wiedergekommen. Achso. Du kannst das machen für, in dem Fall für ein Wochenende, für eine ganze Woche. Und das ist tatsächlich nicht nur ein Trend, ich finde es eine Art und Weise Urlaub zu machen. Das, wovon mir viele Freunde erzählt haben in Norddeutschland, Enno und so. Also die Leute machen öfter mal so, weiß ich, wenn die mal pokern wollen, drei Tage, die Jungs oder so, fahren die halt inzwischen nicht nur zwingend in eine Hütte oder so. Oder einfach Zeit miteinander verbringen oder Mucke hören, sondern fahren die auch im Hausboot. Und ich habe das gemacht in einer Gegend, in der das noch gar nicht so bekannt ist. Weil die Hauptorte, die man für Hausboote kennt, sind sowas wie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und so. Und Mecklenburg ist gerade, wenn du aus Norddeutschland kommst, was ich ja ursprünglich stamme und meine Kollegen, von denen ich gerade sprach, auch, ist so wirklich so ein Mekka dafür. Also es ist wirklich viel. Ich bin allerdings auf dem Stausee Hohen Warte im Thüringer Meer. Das kennen nicht viele, wenn sie ein Hausboot denken. Da fahren gerade mal zwei Hausboote rum. Es würde Erlaubnisse theoretisch für vier geben, wurde mir erklärt. Vier an der Zahl. Und es sind wirklich nur zwei in einer Seenregion, wo theoretisch mehr raufpassen. Aber es soll halt nicht so sein. Und dementsprechend entspannt ist das. Thüringer Meer ist Deutschlands größte Stausee-Region. Im Naturpark Thüringer Schiefergebirge, Schrägstrich Obere Saale ist das. Und ist halt ein extrem guter Ort dafür. Ich habe die gemietet bei einem Laden, der heißt Rolliboot Hohen Warte. Und der gehört einem Kollegen namens Christian. Der ist übrigens der Kollege, als ich da so fahre, so die ersten Meter, die ich gerade beschrieben habe. Er hat mir eine kurze Einweisung gegeben. Das macht er halt immer so. Er erklärt so eine halbe Stunde, wie das so funktioniert. Das ist ziemlich idiotensicher. Sag es. Nein, sag es nicht. Und nee, der schwimmt tatsächlich praktisch ein paar hundert Meter hinter mir, weil der erst nach seiner Arbeit, die er dann gemacht hat, hat er gesagt, ich springe jetzt noch mal kurz in den See, schwimme ein bisschen und mache dann halt weiter Büro. Christian Hegenbart heißt der Mann. Christian hatte irgendwann keinen Bock mehr auf seinen Job als Lemming in einem Großkonzern. Er hat es Lemming genannt. Okay. Darf ich es so sagen. Jahrelang hat er dort gearbeitet, ist immer weiter aufgestiegen. Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Aber irgendwas fehlte. Sinn. Draußen sein, Sinn, Lebensqualität. So wie er das beschreibt, wenn ich das so wiedergeben darf, lieber Christian. Er schmisst dann alles hin und hat halt gesagt, er macht auf Hausboot. Hat halt von diesen paar Genehmigungen gehört, die es da gibt auf dem Stausee und hat sich halt dieses erste Hausboot halt angeschafft, auf dem Stausee hohen Warte. So. Der richtet alles ein da. Der repariert da. Der macht alles selbst. Der macht sein Ding und hat jetzt keine großen Rücklagen oder so, sondern sagt jetzt, er will das machen und hat 2021 damit den, wie heißt das, Thüringer Tourismuspreis gewonnen, weil die gesagt haben, das ist so geil, dass jemand in so einer Gegend, die auch nicht sonderlich strukturstark drumherum ist, jetzt was so Arbeit und Wirtschaft und so angeht, sowas halt hochzieht. Ja cool, ich finde ja, wir bei Reisen, Reisen feiern so Leute ja immer ab, weil das sind ja auch Leute, die haben eine Idee, eine eigene Idee, die haben einen Traum. Ja. Der ist jetzt nicht, keine Ahnung, ich will vor 100.000 Leuten ein Rockkonzert, Rockstar sein, sondern die haben einen ganz anderen Traum für ihr Leben. Also Freiheit, Natur, wenn du sagst, er hilft dir mit dem Boot und er hat dir wahrscheinlich auch sehr lange helfen müssen und dann hat er aber einen See, wo er schwimmen kann. Also das Thüringer Meer sogar und hat vielleicht so eine ganz coole Work-Life-Balance sich erschaffen. In der Ecke, die ja, wie du eben beschreibst, wunderschön ist. Ja genau, die touristisch nicht so erschlossen ist wie jetzt zum Beispiel Meckpom, mindestens in Sachen Hausbooten. Ja. Und sein Lohn ist halt jetzt nicht mehr der, der wahrscheinlich in der Wirtschafts-E-Gegend, also in irgendeinem Wirtschaftsunternehmen halt dann permanent steigen würde. Er könnte es sich leichter machen im Leben. Sein Lohn war halt, nach mir ins Wasser zu springen, einfach mal Bahn zu ziehen irgendwie und durchs Wasser zu schwimmen, durch den See. Und trotz massiver bürokratischer Hürden hat er nach dem, was ein bisschen bergauf ging, sich ein zweites Hausboot angeschafft und hat jetzt halt ein bisschen frischen Wind in diese Ecke des Landes gebracht, in dem sonst halt so ein paar elterliche, also so normale deutsche Campingplätze an so einem wunderschönen See liegen. Aber jetzt halt auch sowas passieren kann und Leute wie uns halt anzieht. So. Es sind sogar schon Leute aus Meckpom dahin gekommen, zu ihm hat er gesagt, weil die endlich mal wieder Hausboote in Ruhe fahren wollten, weil in Meckpom natürlich so viele Hausboote inzwischen unterwegs sind. Ja, und da ist ja auch schön, also es gibt ja auch eine Folge, eine Reisen-Reisen-Folge von der Müritz, da ist es auch traumhaft schön. Das kann man ja verstehen, das sind schöne Orte. Aber ich habe gerade, während du erzählst, Thüringer Meer, mal Bilder gegoogelt, alter, wie schön ist das denn? Das ist krass, ne? Also das... Ich wusste es nicht. Ja, wusste ich auch nicht. Also ich dachte erst, das eine Bild wäre die Saarschleife, die hat man vielleicht so bis im Kopf, ganz berühmtes Bild, ganz in Westdeutschland im Saarland. Und das Thüringer Meer mit diesen grünen Bergen und dieses Wasser, wow. Ja, ist mega. Ja, und ich fahre dann da so über diesen See und fahre erst mal natürlich so ein bisschen in Schlangenlinien, weil man muss erst mal so lernen, wie das so funktioniert. Das funktioniert da einfach so ein bisschen anders. Ich habe mich da relativ schnell dann tatsächlich wirklich reingedacht, darauf bestehe ich dann doch. Freue mich total. Da gibt es dann, da ist dann so ein, in der Apparatur ist dann so ein Tiefenradar, wie tief das Wasser ist. Und das zeigt aber auch anwitzigerweise, wie viele Fische unter dir sind. Das ist jetzt gar nicht zum Angeln, sondern einfach so aus irgendwelchen anderen Gründen kann dieser Radar nach unten das so anzeigen. Es steht da so 17 Fische oder so, nix, so abgefahren. Fahre ich gerade drüber sozusagen, 30 Meter tief, dem passiert nix. Und schippe ich so halt so an bewaldeten Felswänden vorbei, an kleinen Buchten vorbei, bis auf so einen gewaltigen See vor der Staumauer, die in dem Fall das alles aufstaut, ein paar Kilometer entfernt. Aber gleich noch viel mehr dazu, denn es gibt auch ganz andere Sachen. Einen Tag vorher gleite ich nämlich auch so über das Wasser, allerdings ist es ein ganz schmaler Fluss. Jetzt kommen wir zu einer anderen Wasserfacette, die es eben auch dort relativ hoch gibt, in Thüringen. Ganz schmaler Fluss. Stell dir vor, sechs Uhr morgens, Nebel, tiefer Nebel. Also es ist sehr heiß eigentlich an dem Tag. Es wird heiß werden, der Werderbericht sagt, dass es am Tag davor ist auch so. Lass es fast 30 Grad gewesen sein. Es war dieser heiße Spätsommer 2024. Und morgens ist es wirklich tiefer Nebel. Es ist so ein leises Plätschern zu hören, mal halt so von so mini Stromschnellen, die aber auch nicht ansatzweise gefährlich sind. Vor allen Dingen aber von unseren Paddeln, weil wir so mit zwei Booten halt irgendwie gerade durch die Natur paddeln. Der Fluss ist sonst glasklar, wird mir erklärt. Heute ist er ein bisschen trübe, weil es gestern Abend noch relativ stark geregnet hat nach der Hitze. Und der Nebel ist so dicht und so schwer, dass ich auf, ich gucke irgendwann an mir runter, und auf meinem Arm haben sich so Wassertropfen gebildet, als wenn es stark regnen würde. So feucht und so schwer ist die Luft. Was total geil ist, wenn du weißt, gestern war es heiß, heute ist es heiß und es kühlt einen mega runter. Und eine andere Facette dieser schönen, fast mystischen Szenerie ist, dass wir fahren an ganz viel Spinnnetzen vorbei, die wir normalerweise gar nicht sehen würden. Spätsommer, da kommen ja viele, viele Spinnnetze. Ich habe gesagt, die häufen sich immer im Spätsommer, im Herbst. Und durch die Nässe sammelt sich der Morgentau an diesen Spinnnetzen. Und die sind ganz, ganz schwer. Weißt du, die hängen so ein bisschen in der Mitte drunter und du siehst die ganz genau, so richtig. So Halloween-Spinnnetzen, so voll gemalt. Sieht total geil aus. Also richtig schön. Aber sind das dann, also die in den Bäumen da drin? Du fährst dann quasi durch und in Bäumen hängen dann diese Spinnnetzen? Oder in den Sträuchern? In Treibholz, in großen Baumstämmen, die man in den Fluss reingefallen hat. Das ist alles sehr naturbelassen da. Das ist jetzt nicht der Fluss, der zu den Viktoria-Fällen oder so führt, also der spektakulärste Fluss. Das ist einfach ein naturbelassener, relativ schmaler Fluss, der eben das dann hat. Und wir sind da unterwegs, weil ich den Kollegen angeschrieben habe. Der heißt Tom. Habe ich irgendwie gesehen, ein paar Tage vorher. Habe gesehen, dass der ein Kanuf-Unternehmen hat, das heißt Komma raus. Also schlechter Wortwitz, so wie bei mir, Komma raus. Habe aber gesehen, so in seinem Profil, dass der halt irgendwie auch mal eine Ausbildung zum, ich weiß nicht, Wildführer oder wie das heißt. Also auf jeden Fall so Tiere entdeckt. Habe ich gesagt, komm Tom, hast du Bock irgendwie, ich bin der und der von Reisen reisen, habe ich Bock, irgendwie vielleicht was zu erzählen. Und naja, wir können das machen. Ich verleihe eigentlich hauptsächlich Kanus, aber wir müssen dann morgens um sechs los. Das ist ja deine Zeit. Morgens. Also ohne Frühstück, in der Kapitänsuniform, schön Paddel in den Abend. Seit drei Tagen in der Kapitänsuniform, nein, nein. Es ist, es war nicht meine Zeit. Ich passte, sagen wir so, ich passte gut in die mystische Szenerie mit den Spinnnetzen und so. Ich glaube, so hätten mich Kinder gesehen, die hätten gedacht, ich wäre der Höhepunkt der Geisterwahn oder so. Ich habe keine Ahnung, weiß nicht, was Tom gedacht hat. Aber letztlich, was da passiert ist, wir steigen halt sehr, sehr früh zum Sonnenaufgang praktisch in diese Boote, in diesen Nebel und fahren durch diese Szenerie mit den ungedeckten Bäumen, müssen manchmal so ducken, alles sehr klein und beschaulich, aber halt auch so irgendwie spannend. Und sehen halt dann tatsächlich Eisvögel, die ich ja sehr mag. Ja, das sind schöne Tiere. Diese kleinen bunten Flitzer. Genau, wie so kleine Raketen übers Wasser dann. Die sind dann so ein, zweimal sind wieder gelandet, weiter am Ufer und dann haben wir wieder aufgeholt, zu sagen, sind die doch mal los. Die passen ja, wir reden ja über Ziele weltweit, sagen wir, reden wir über Borneo oder was auch immer oder auch sowas, wie Costa Rica, so Vogelparadiese, die passen da rein, weil die so schöne, dieses Tiefblau und das Rote und so, weißt du, das sind halt wirklich wunderschöne Vögel, die sehr, sehr abgefahren aussehen. Das ist ja cool, also wenn ich mir das im Kopf gerade gehabt habe, da hast du ein bisschen Nebel, Spinnnetze und dann kommt so ein Pfiuh. Die wachen alle auf und Tom meinte halt so, morgens ist natürlich die Zeit, um sowas zu sehen. Wir wollten Biber sehen, wir haben keinen gesehen, wir haben viele Biberbauer gesehen und Spuren davon, da waren gerade welche, das hat er mir dann auch erklärt. Wir haben große Graureihe gesehen, richtig große, krass groß, also meine Güte, also wie die mit ihren breiten Schwingen dann so diesen Fluss runtergeflogen sind, so von uns weg, das habe ich so nah jetzt in dem Sinne noch nicht gesehen. Er meinte, er hat mal, und darauf jetzt bitte nicht verlassen, aber er hat es tatsächlich mal gesehen, eine Wildkatze und ein Kollege von ihm, sogar ein Luchs, Luchse sieht man fast nie, mega scheu, aber allein, dass es die da gibt, finde ich, abgefahren, weil die Luchse so, das sind so wunderschöne Tiere, weißt du, mit diesen kleinen Zoffeln Ja, ich habe auch im Kopf, da wo es Luchse gibt, dann ist irgendwie die Naturbalance, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, weil die so scheu sind, die brauchen Raum, ich kenne das von, da wo ich herkomme, ursprünglich aus dem Pfälzer Wald. Da gab es irgendwann, gab es ganz lang keine Luchse und irgendwann gab es ja einen wieder. Ja, ich habe irgendwann angefangen, mich über Luchse zu informieren, als ich tatsächlich aus Afrika wiederkam, von so einer Safari, dachte ich so, mein Gott, du musst doch nicht immer weit weg, was gibt es denn hier? Und dann steht da, es gibt Luchse in Deutschland, relativ schnell klar, die sieht man kaum, aber was für schöne, graziöse Tiere, die halt bei uns im deutschen Wald erleben, wenn der Platz ist. Und Thüringen hat wahnsinnig viel Platz und wahnsinnig viel Natur. Tom hat diesen Karneval, von dem ich spreche, komme heraus, gegründet vor ein paar Jahren in dem Ort Ulstedt-Kirch-Hasel. Ulstedt-Kirch-Hasel? Ist jetzt nicht die Partnerschaft von New York City so? Ja, grüße dahin, liebe Grüße, wenn ihr uns da hört, noch nie gehört von euch. Aber schön, dass ihr jetzt im Reisen-Reisen-Kosmos seid. Genau, und da ist halt so diese Anlegestelle, wo halt die Bote dann rausgegeben werden. Ja, und von da aus ging es dann halt los. Und das Spannende ist, dass auch Tom wieder eine Person ist, die ich kurz, genauso wie den Christian gerade vom Hausboot auch nochmal kurz hervorheben möchte, weil er einfach ein Typ ist, der viel macht. Der hat diesen Kanu-Verleih gegründet, der hilft aber auch manchmal so bei Sozialprojekten aus oder so. Der hat jetzt auch mit seinen Kollegen, mit denen er kommt mal raus, macht so einen Biergarten irgendwie gegründet am Wasser. Da sind wir doch so vorbeigefahren, sieht man so, das ist alles so mit Holz zusammengezimmert, war da so ein bisschen was Zirkusmäßiges oder so, sah jetzt von Weiterwechsel aus. Leute, wenn es nicht als Zirkus gemeint war, sorry, aber er tut was. Und da können dann Leute, junge Leute oder ältere Leute, frische Leute im Kopf einfach hingehen und abends noch ein Bierchen trinken, die Natur genießen oder so. Oder auch die Leute, die dort halt wohnen, wo einfach nicht so viel ist. Also ich weiß, wir waren nach der Tour, die war dann so um neun durch, sind drei Stunden gefahren, waren wir noch in so einem Supermarkt. Das war der Supermarkt. Das war nicht ein Supermarkt in der Gegend, sondern der Supermarkt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt in dem Dorf war oder in dem Dorf nebenan, wo es dann halt alles gab, so ein größerer, gefühlt Tante-Emma-Laden, wo dann halt der Bäcker noch ist, der Fleischer noch ist, wo es die Zeitschriften gibt, wo es dies gibt, vielleicht sogar eine Poststelle, das weiß ich nicht genau, aber ein Laden, der einfach systemrelevant ist für die Leute da. Und das ist so eine Gegend, wo so jeder kleinste Funken halt zählt. Und Tom macht das halt. Das ist ja jetzt kein Thüringer-Problem, sondern deutschlandweites Problem, dass draußen auf dem Land, du brauchst Leute und die treffen wir ja lustigerweise auch immer wieder und immer mehr, die sagen, hör mal, wir nehmen das selbst in die Hand, wir müssen was machen, wir wollen was machen, wir lieben die Ecke so, wir tun was für uns und die Leute drumherum. Und das ist cool. Ja, ich meine so, was kriegst du für die Tour? Er meint, ich will nix. Er ist froh, wenn er mal morgens was wieder machen kann, er hat wieder Bock drauf. Auf einmal so ein Typ, der einfach gerne Sachen macht. Und das rechne ich ihm hoch an. Wir sind übrigens, nur um es zu verorten, gar nicht so weit weg, lass es eine Stunde sein, weg von Erfurt. Das Ganze heißt Naturpark Thüringer Schiefergebirge, Schrägstich obere Saale. In dem Bereich liegt übrigens auch dieser Stauseehohenwarte, von dem wir gerade gesprochen haben. Nur an einer anderen Ecke halt. Und diese Kanutour ist nur ein Beispiel für viele Orte, wo du sowas machen kannst in Thüringen. Also halt, wo kannst du es nochmal? Ich hab mal geguckt, ich hab dann geguckt, was am nächsten bei mir lag. Du kannst es auf der Werra machen, dem Fluss. Im Naturpark Eisfeld-Heinig zum Beispiel. Oder halt im Thüringer Wald. Das heißt offiziell, glaube ich, UNESCO Biosphärenreservat Thüringer Wald und Naturpark Thüringer Wald. Thüringer Wald hat jeder schon mal irgendwie gehört. Ja, das ist bekannt. Das ist das große Ding da. Also Wandermäßig habe ich das im Kopf so. Naturmäßig irre. Man kann sogar auch Packrafting machen in Eisenach. Eisenach kennen viele als die Lutherstadt, weil da steht halt diese Wartburg, auf der der auch mal war, also thront über der Stadt. Geburtsstadt auch von Johann Sebastian Bach will sagen, eigentlich muss man da sowieso hin, wenn man auf der Ecke ist, weil das ist echt kulturell mega interessant. Aber Packrafting kannst du da halt auch noch machen, diese Mischung aus Kanu und Wandern. Das habe ich in der Wallonie-Folge mal erklärt. Das ist so schön, weil du dich ein bisschen fühlst wie so ein Amphibienfahrzeug, weil du fährst einfach auf den Fluss und wenn du nicht mehr kannst oder wenn da kein Fluss mehr ist, dann nimmst du halt das Boot, lässt die Luft raus, packst das ein und wandern es weiter. Ja, finde ich super. So. Und du kannst aber auch für mehrere Tage durch Thüringen mit dem Kanu fahren. Also Tom ist zum Beispiel mal vier Tage nach Nauenburg gefahren mit dem Kanu oder auch sieben Tage mal nach Halle an der Saale. Also das ist so vernetzt auch mit den Wasserwegen, dass das geht. Er meinte sieben Tage war er unterwegs, kaum Menschen getroffen, bis nach Halle an der Saale. Wie geil ist das? Und das sind alles nicht begradigte Flüsse. Also ich rede nicht davon, dass da irgendwie so ein Kanal ist, sondern das ist Natur. Okay. Und das ist schön. Halle an der Saale übrigens auch Doppeldaumen hoch von mir. Ist auch so ein Ort, den man oft nicht auf dem Schirm hat. Finde ich aber super. Aber da reden wir das nächste Mal drüber. Reden wir das nächste Mal drüber. Oder irgendwann mal. Cool an Ulstedt, Kirchhasel sah noch kurz gesagt, da fährt eine Regionalbahn. Das heißt, man kommt wirklich mit dem Zug bis dahin und du kannst von jeder Anlegestelle kannst du mit dem Regionalzug wieder zurückfahren. Das ist natürlich mega, weil du nicht mal ein Auto brauchst, theoretisch. Und ich weiß noch, wie ich mit ihm saß in diesem kleinen Supermarkt mit Tom nach dieser Tour und mit dem noch so lange er redet und merkte, ja. Also der ist dann am nächsten Tag noch irgendwie auf ein Festival gefahren, weil er so ein paar Tage frei hat. Das ist wohl selten der Fall, meinte er, dass er nichts zu tun hatte. Aber die Sommersaison hat jetzt gerade so aufgehört. Das war so, das ist fast so das Letzte, was er mit mir dann halt gemacht hat. Ja, einer Gegend, die sehr viel, sag ich mal, beschaulicher und aufgeräumter ist, als jetzt die Stadt. Erfurt oder so, obwohl es nur eine Stunde weg ist, ist eigentlich eine ganz andere Welt. So ein Versorgungsproblem hast du in Erfurt, in dem Sinne ja nicht. Versorgungsproblem. Nein, nein, das ist ja kein Versorgungsproblem, aber es war wirklich so, es war einfach ein Supermarkt, der eine Relevanz hatte da. Ja, du bist so ein Großstadtpreuer, du kennst das nicht. Also ich kenne das auch noch, wenn du abends, du sitzt auf dem Land, keine Ahnung, 1100 Dorf und dann willst du abends noch, keine Ahnung, dann bestellst du halt keine Pizza irgendwie oder du musst irgendwas einkaufen, dann musst du dich halt ins Auto setzen. Weil abends auch kein Bus mehr fährt und fährst halt hin. Also wir Landkinder, wir kennen das. Ich weiß sogar noch, dass Sie mir dann noch, die Leute, mit denen ich unterwegs war, haben wir noch bei diesem kleinen Bäcker, der dem Supermarkt war, haben sie mir noch gesagt, nimm das Brötchen, nimm das Brötchen, wenn du noch was mitnehmen willst, DDR-Brötchen. Die hießen wirklich so was, stand auf dem Schiff, DDR-Brötchen. Ich so, wieso und warum heißt die? Ja, das sind alte Rezeptur von damals und so und die Dinger sind in drei Tagen noch super. Haben wir tatsächlich drei Tage später, als ich dann irgendwo im Auto hin musste, echt den Arsch gerettet, weil ich die dann halt gegessen habe und die waren echt noch frisch. Also ich hab wieder was gelernt. Stichwort nicht nur DDR-Brötchen, sondern vielleicht auch noch andere Sachen. Wir sind wieder kurz in Erfurt. Ich bin jetzt einen Meter über dem Fluss Gera, über dem Fluss, also sitze so im Schatten und trinke was, nachdem ich wieder ein bisschen durch die Stadt geirrt bin. und sitze in so einem kleinen Laden namens Pier 37, wieder am Fluss, wieder Wasser. Aus irgendeinem Grund bin ich immer am Wasser gegangen. Wir sind nur am Wasser, merke ich ja. Also wir huschen, sliden auf dieser Wasserrutsche durch die Szenen, aber wir sind tatsächlich immer auf dem Wasser oder am Wasser. Irgendwo rauscht wieder, da hat auch wieder ein Bach gerauscht. Pier 37, nettes Restaurant, sei nur kurz gesagt. Wenn man Glück hat, kann man direkt am Fluss sitzen. Ich war relativ früh da, deshalb ging das. Sechs Uhr, du warst im Rhythmus. Laden macht um zehn auf, aber du warst um sechs Uhr schon da. Nee, das war mittags. In der Kapitänsuniform. Kurz kam mal die Polizei vorbei und hat mal kontrolliert, was der Verrückte da will. Dann reisen, reisen, Zettel und dann war alles gut. Ja, Ahoi Kameraden. Nee, es war mittags und ich war irgendwie Punkt zwölf da, weil ich so Hunger hatte. Ich hatte keine Ahnung warum, aber ich habe irgendwie diesen schönen Platz bekommen. Und wie gesagt, Wasser ist überall da. Also du gehst immer mal wieder, wenn du dich Erfurt irrst, im positiven Sinne, gehst du über eine kleine Brücke, wo dann nochmal ein Bächlein rauscht. Oder halt auch größer, da siehst du dann wirklich so einen Fluss. Ich weiß nicht, ich war einmal auf so einer größeren Brücke, da war die Gera so ein bisschen breit. Da war nicht so viel Wasser in dem Moment in dem Fluss. Aber da saßt du halt so ein Flussbett und rechts und links dann halt so die Rückwände von den Häusern, wo Leute dann auf Balkon sitzen und was lesen oder halt ein Restaurant so ein kleiner Außenterrasse hat oder so. Es ist fürchterlich malerisch. Wieder mit dem Problem, mich zwischen den ein Millionen Cafés zu entscheiden. Bin dann aber gelandet in einem, das ich zumindest mal nennen möchte, Kurhaus Simone heißt das. Kurhaus Simone. Kurhaus Simone war mir wichtig oder fand ich eine super Wahl, weil es tatsächlich mittendrin war. Also wirklich am touristischen Herz, also wirklich nah der Krämerbrücke, von der ich schon sprach, ist einfach ein Café, bei dem du das Gefühl hast, ist ein Studentencafé auf dem Unicampus. Also da war wirklich, glaube ich, kein, zumindest von mir, zu erkennender Touri drin. Hinter der Theke so zwei, drei junge Leute, die so ein bisschen Mucke gemacht haben, mich auch so, ja, was willst du? Also weißt du, so, ja, hier, was willst du? Ich lege doch gerade was auf. Was soll das? Fürchterlich guter Kaffee. Veganer Schokokuchen mit veganem Frischkäse. Also die haben nur vegane Sachen gehabt. Mega geschmeckt. Mega geil. Hab mich da dann halt hingesetzt. Die haben so ganz viele Stockwerke, weil das ein relativ schmaler, von der Breite relativ schmales, aber dann noch so nach oben drei, vier Stockwerke geht. Hab mir auch so eine Gasse raufgeguckt, hab mir erstmal ein kleines Päuschen gemacht. Ich fand den Laden super. Hast dich mal belohnt mit der vierten Mahlzeit. Nach all dem harten Driss, den ich mir gegeben habe, auf jeden Fall, ja. Bester Ausblick auf die Stadt allerdings, finde ich, wo ich gerade sage, ich gucke da runter in die Gasse, ist auch wieder nur ein paar Meter weiter. Und das muss ich erwähnen, weil ich aus irgendeinem, also ich verstehe nicht warum, aber es ist irgendwie noch eine Art Geheimtipp, habe ich das Gefühl. Stell dir vor, du stehst auf dieser Krämerbrücke. Und die Krämerbrücke, wie gesagt, besteht ja erstmal aus diesen Fachwerkhäusern, die ich beschrieben habe. Und das abgefahren an der Krämerbrücke ist, da ist eine kleine Gasse dahinter in diesen Fachwerkhäusern. Und dann kommt nochmal Fachwerkhäuser. Das heißt, auf der Brücke sind zwei Reihenhäuser und in der Mitte ist eine kleine Gasse. Das alles ist die Brücke. Du gehst da so durch diese schmale Gasse und irgendwann kommt an der Seite, kommt so ein Eingang, den du definitiv erstmal übersehen wirst, sieht relativ unscheinbar aus. Ist aber der Eingang in die Egidienkirche. Kirche, die eigentlich keinen Haupteingang hat, wenn man dann um die Ecke geht und den Turm sieht, dann fragt man sich, wo der Eingang ist, eben dieser Seiteneingang. Du gehst eine Treppe hoch in den Eingangsbereich, erster Stock. Und schon da hat man wirklich so einen, wie so einen gemalten Blick auf diese Brücke rauf. Auf diese Gasse der Krämerbrücke, weil da halt so ein schönes, großes Fenster ist mit so alten Fensterläden. Gehst du drauf zu und guckst genau auf diese Gasse rauf und siehst da hinten so das Wasserrauschen. Wirklich toller Blick. Allein schon das wär's. Ist es aber nicht nur. Denn du kannst dann, wenn du nett zu den Leuten bist und wenn du Lust hast, lässt du auch eine kleine Spende da, du kannst aber theoretisch auch umsonst hoch, kannst du den ganzen Kirchturm hochgehen. Extrem enge, steile Treppe, sag ich mal. Du weißt, wie ich bei sowas aussehe, leicht gebückt. Manchmal filme ich ihn dabei, dass irgendwann schneide ich das mal zusammen. Aber ich glaube, das wird dann wahrscheinlich unser großer Durchbruch. Das wird der Halloween-Prost. Genau, das ist so wie der Glöckner von Notre-Dame, weißt du, Jochen Esmeralda schreiend und das so hintereinander geschnitten, so auf Musik, so Benny Hill-Musik. Oder halt so ganz zornige Musik. Ja, oder was Zorniges, was irgendwas mit so Heavy Metal oder so. Also ich hab Bilder im Kopf, aber weg damit. Du gehst da hoch. Ich seh dich jetzt wieder in der Kapitätsrunde. Nein, ich seh dich da die Treppen hochlaufen. Genau, die Treppen hochlaufen, das ist sehr eng, sehr wackeliges Holz, hat man so das Gefühl. Da ist sogar an den Glocken, die man dann irgendwann passiert vorm Kirchturm, steht so ein Schild, bitte nicht läuten. Ich hab's nicht gemacht. Ich wüsste auch gar nicht, wie es ging. Ich hab auch nicht gegengeklopft. Aber es wirkt alles so ein bisschen provisorisch, obwohl es mittendrin ist. Und du gehst da raus und stehst auf diesem Turm. Und da ist keine große Viewing-Plattform oder so oder irgendwas. Oder Bungee-Jumping oder so. Sondern du stehst auf diesem Turm und hast nur noch dieses Spitzdach über dir, was so da hinter dir, hinter deinem Hintern sozusagen so losgeht. Und hast einen ganz schmalen Weg, so von so ein paar Zentimeter, wo du dann so einmal so rum diesen 360-Grad-Blick dir erwandern kannst. Und hast einen fantastischen Blick auf die Stadt. Ein super Tipp. Ihr findet das so nett, so ist es nicht. Aber die meisten Leute rennen vorbei, weil du es nicht siehst. Da steht nicht so Panorama irgendwas, weil es dann einfach eine evangelische Kirche ist irgendwie. Und die Leute jetzt wahrscheinlich da auch keinen Bock haben, da groß auf den Busch zu kloppen. Aber die Frauen sagen, ja, das ist total super. Ich meine, warum ist hier keiner? Manche Leute gehen vorbei. Keine Ahnung. Ich stehe da oben, sehe die ganzen roten Dächer der Altstadt. Und natürlich auch wieder das Wasser der Gera an der Stelle, wo ich die Füße im Wasser hatte. Glitzert so in der Sonne. Mein Vater arbeitet in B2B Marketing. Er kam bei meinem Schule für Career Day und sagte er war ein großer Roaz-man. Dann sagte er alle, wie viel er liebte, kalkuliert sein Aufmerksamkeit auf Adspend. Meine Freunde sind immer lachen, mich zu diesem Tag. Nicht jeder bekommt B2B. Aber mit LinkedIn, du kannst dich erreichen, die Leute zu tun. Get a hundred dollar credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Glitzern tut das Wasser auch, als ich wieder auf dem Hausboot bin. Ah, wir sind zurück. Genau, wir gehen da jetzt wieder hin. Ich treibe gerade auf diesem Hausboot, ich werde die Szene niemals vergessen, seit Stunden auf dem Wasser. Ich mache gar nichts. Denn das Geile an einem Hausboot ist, Entschuldigung, dass ich so schwach in der Aussprache bin, es ist wirklich geil, wenn es schön ist und du hast genug Platz und das ist deiner Fall, machst du den Motor aus und legst dich aufs Dach. Und das war's. Ich habe jetzt nichts ausgelassen. Du kannst an den Strand ran, da gibt es so kleine Strände, da haust du so eine Landungsstange, das ist wie so ein Anker, so modern, also du drückst so eine Stange runter in den Sand und dann bist du fest. Aber auf dem Wasser, wenn es relativ still ist, kannst du einfach treiben. Und du bist auf deinem Boot und alles ist gut. Du kannst auch vom Dach runterspringen. Das ist erlaubt und das ist alles cool. Boah, Wahnsinn. Kannst du mal kurz das Hausboot kurz beschreiben, wie es aussieht? Es ist so wie so ein Kasten auf dem Boot. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Quadratmeter das sind, aber da passen normalerweise, da ist ein Doppelbett drin, da ist eine Couch, wo du ausklammen kannst, noch für zwei Leute Sachen mehr, das ist für vier Leute, würde ich jetzt mal sagen. Wahrscheinlich gehen auch noch mehr rein. Oben auf dem Dach kannst du auch pennen, finde ich. Weiß nicht, ob man es darf, wenn das Wetter gut ist. Gehst du so ein Leiterchen hoch dann aufs Dach? Ja, vielleicht ist es so groß wie so ein Camper, wie so ein Camperwagen. Und du gehst vorne rein, hast dann natürlich diesen Vorderbereich des Bootes, wo noch kein Haus sozusagen ist und da kannst du dann sitzen in der Sonne und chillen. Also es stehen so ein paar Stühle und dann gehst du rein, da ist der Innenbereich, rechts so eine Couch und einen Tisch, links dann das Steuerrad, also womit du lenkst und so und dann hinten in der Ecke so ist das Doppelbett, da ist eine Küchenecke da, die wirklich völlig okay ist, genug Trinkwasser, Strom. Du kannst jetzt noch an einer Steckdose dein Handy aufladen, weil das andere nicht genug Strom hat, aber es ist Strom da. Du hast eine Außendusche, die letztlich ein Schlauch ist, der aus der Wand kommt mit kaltem Wasser. Du hast eine völlig okaye Toilette, ist alles da. Und du gehst halt, wenn du hinten rausgehst und dann nah beim Motor stehst, gehst du einfach eine Leiter hoch und stehst auf dem Dach. Stark. Und du hast das Ding allein gesteuert. Ja. Herr Kalloin, das Boot muss das abkönnen. Stark. Und fast immer ist da keiner. Das ist so, weil ich ja auch diese Beschaulichkeit wirklich mache. Es gibt einen Bereich, dieses Seengeflechts, auf dem ich da unterwegs bin, so drei Biegungen weiter, da darf man Wasserski fahren, da fahren dann auch mal schnelle Boote, auch nicht allzu viele, aber da wird dann mal Gas gegeben. Man kann natürlich auch um den See rumwandern, man kann auch sogar eine Fahrgastschifffahrt machen, wenn man näher an die Stauseemauer kommt, so ganz klassisch mit so einem Bötchen und Käffchen trinken und so, das geht auch alles. Ansonsten siehst du halt von allem immer nur relativ wenig und sonst eigentlich nur Wald und Wasser. Das ist halt kein Luxusboot, also es ist jetzt nicht mega posch oder so, wo jetzt irgendwie, weiß ich, der... Das brauchst du ja nicht, du bist ja in der Natur. Also wir haben Bilder auf Instagram, Jochen hat bestimmt währenddessen auch ein paar Bilder gemacht. Ich habe mir als Kapitän... Ich habe Christian noch am Anfang gesagt, ich so, Typ, du musst mich einmal filmen, sonst glaub mir Michael das nicht. Er hat mich gefilmt, weil sie das Boot steuert. Oh, jetzt habe ich Bock. Ich habe mich versucht zu verhalten wie ein Kapitän. Okay. Er fand das, glaube ich, eher niedlich. Musste dann auch erst mal schwimmen gehen danach, um sich... Nein, aber... Guckt es euch gleich auf Instagram an. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es jetzt, während wir das aufzeichnen, noch nicht gesehen. Ja, ich habe... Ich will mich ja mal überraschen lassen. Ich habe auch Nebelbilder von der Kanu-Tour, die stelle ich da mal rein. Tolle Bilder von Erfurt. Und ich habe auch ein paar Bilder, die mich komplett haben durchknipsen lassen, von einem See, der aussieht wie in den Alpen. Du hattest es am Anfang erwähnt. Ja, es ist total abgefahren. Das ist dann im Thüringer Wald wirklich gewesen, in diesem UNESCO-Biosphärenreservat Thüringer Wald. Da bin ich dann nach dem Hausboot noch hin. Da habe ich dann auch morgens das DDR-Brötchen gegessen, weil ich das noch irgendwie in meinen Plan eingebaut habe. Da hatte ich viel Zeit zu essen. Da habe ich gesagt, komm, ich ziehe mir jetzt die DDR-Brötchen rein auf den Weg. Und bin dann halt dahin gefahren, noch in diese andere Naturlandschaft, die Thüringer Naturlandschaft, die ich gerade benannt habe. Und da ist es so, da kannst du ewig wandern im Thüringer Wald. Und es gibt tatsächlich einen Wanderweg, den fast jeder kennt, dort sowieso. Und der auch generell ziemlich berühmt ist, habe ich mir sagen lassen. Der heißt Rennsteig. Hast du das schon mal gehört? Nee. 170 Kilometer langer Kammweg, also meistens so oben auf Hügeln entlang und so. Und ist der meistbegangene Fernwanderweg Deutschlands tatsächlich. Der Rennsteig. Der Rennsteig. Und da kannst du wahnsinnig lange wandern durch wunderschöne Natur und kommst irgendwann abgefahrenerweise irgendwann an diesem Bergsee raus. Also ich fühle mich kurz wie den Alpen. Es ist wohlgemerkt nur 836 Meter hoch. Also jetzt nicht ganz alpin, aber auf jeden Fall schon relativ hoch. Und der hat alles, was einen Bergsee hat. Also steile Felswände am Ufer. Viel Wald drumherum, wirklich so umkreisend. Dieses Bergsee-Feeling. Dann hast du so eine kleine pittoreske Hütte. Ich hab Fotos gemacht. Das sieht, du denkst, ich bin in den Alpen. Die Hütte spiegelt sich noch so im Wasser. Das Ganze hat so ein Lichtungs-Alm-Feeling, wo halt drumherum Wald ist und auf einmal so eine kleine freie Fläche sich auftut. Ist wie gesagt mitten im Wald. Der See ist nicht groß, aber so ein kleines Kleinod. Und ich war sehr, sehr froh, den zu sehen, weil es eine völlig andere Facette ist als jetzt zum Beispiel diese Kanu-Tour, als jetzt die Hausbootnummer, als die Gera in Erfurt oder was auch immer. Also ich fand fast, es ist eine Art Insta-Spot so, aber glaube ich nicht so entdeckt, weil halt eine Ecke liegt, auf die nicht viele Leute kommen. Und es ist am Wochenende bestimmt voller. Ich war da völlig allein. Also ich war, gut, ich war morgens um neun da am, war es ein Freitag? Aber ja, also es war halt schon noch Sommer. Also ich hab mir schon vorgestellt, dass da noch irgendwie Leute sind, aber offensichtlich nicht so, nicht so wahnsinnig touristisch erschlossen, außer von Leuten, die es schon lange kennen. Drumherum gibt's dann auch nicht so viel. Wie gesagt, Wald, und da gibt's noch irgendwie ein paar ältere Gebäude, vielleicht ein paar Unterkünfte, die jetzt, das meine ich gar nicht wertend, aber so ein bisschen in die Jahre gekommen aussahen, weil es so eher so klassisch oder halt ein Vereinsheim, glaube ich sogar, noch, also alles sehr urig, sag ich mal. Völlig abgefahren. Also ganz, ganz komischer Ort, wo ich so eineinhalb Stunden dachte so, wow, ich bin jetzt wieder ganz woanders. Wie lange bist du von Erfurt da hingefahren? Das ist auch eine Stunde weg. Das ist alles nicht viel. Und du bist halt, ja, du bist an verschiedenen, andere Facette, ich kann jetzt gerade, diese Tauchnummer, also gerade waren wir sozusagen in den Alpen, jetzt sind wir auf einmal tauchen, du kannst halt auch tauchen in Thüringen, im Naturpark Südharz, Naturpark Kiffhäuser heißt das, das ist jetzt in die andere Richtung, eher so nach Norden, Südharz, Norden, genau, eher nördlich von Erfurt. In der sogenannten Nordhäuser Seenplatte heißt das. Da gibt es so Seen, die heißen Möwensee, Sundhäuser See und so weiter. Du hast eine Sicht in diesen Seen, die ist abgefahren. Die ist halt richtig klar. Du hast da halt natürlich keine Meeresfische, sondern Süßwasserfische, aber halt sowas wie ein Hecht, ein Flusskrebs, Schwärme von Barschen, eine komplette Unterwasserwelt, halt eben auf einem Niveau, das schon absolut beachtlich ist. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ich bin ziemlich hin und weg. Ich habe das alles, klar, Vera, Gera, man kennt das irgendwie. Die Namen. Man kennt die Namen und ich weiß, okay, aber dass da so viel Wasser ist, also so viele Flüsse, Stauseen, Seen, Wahnsinn. Eine Sache, die ich nicht geschafft habe, wo ich gerne mal hin will, ist der Nationalpark Heinich. Du hast dich zuerst schon angekommen. Das ist eine der ältesten Wälder in Europa, so wie ich das verstanden habe. Also wenn man wirklich mal kommt, da am nächsten nochmal an das ran, was einen anlässt, wie ein Urwald in Mitteleuropa aussah, wollte ich immer hin, hat diesmal nicht geklappt, weil es noch irgendwie nicht in die Route reinpasste. Da gibt es dann auch ein paar Seen, ein paar Teiche und so. Aber das ist, in Heinich würde ich gerne mal. Ich glaube, das ist richtig abgefahren, weil das wirklich nochmal ja fast Urwald ist und mit dem Urwald verbinden wir dann ja immer sowas wie Dschungel oder so. Und den gab es natürlich auch hier. Und der ist natürlich oft bewirtschaftet und so. Und da ist es halt alles noch sehr, wird alles sehr naturbelassen sein. Okay. Und man braucht ja noch ein paar Ziele auf der Bucketlist. Kommen wir zum größten Ziel meines Lebens, ein paar. Essen? Ne. Du hast recht, das kommt gleich als Belohnung. Aber erstmal kommt das, du willst mich ja scheitern sehen, darum sind wir ja eigentlich hier. Nein. Also es ist ja, ich sag mal, wie formuliere ich das so? Ich möchte das ja nicht. Aber es bringt halt schon irgendwie so ein bisschen Salz in die Suppe. Also auch so in unsere Beziehung einfach, in unsere freundschaftliche Beziehung, dass das Scheitern einfach ein Punkt ist bei dir, den ich auch niedlich finde. Du kannst ja damit umgehen, weil du bist ja gewohnt. Und deshalb ist es gar nicht despektierlich. Nein, Fallen ist auch eine Form von Fortbewegung. Richtig. Aber so ist es auch. Stichwort Scheitern, ich dachte, ich tue es, ich habe es ja nicht ganz. Einparken mit dem Hausboot. Soll der Endgegner sein für neue Hausbootneulinge, habe ich mir sagen lassen. Ich hatte an dem Tag relativ viel Glück, dass so ein leichter Wind herrschte, was eigentlich nicht gut ist, aber er kam aus der Richtung, dass er mich so ein bisschen an den Steg herangetrieben hat. Also hast du ja nicht eingeparkt, du bist ja reingeweht worden. Nein. Du hast losgelassen und hast ganz fatalistisch gesagt, Gott des Himmels, Gottes Windes, komm, mach. Ich habe mir in die Nase zugegangen und bin über Bord gesprungen. Nein, ich habe es, glaube ich, ganz gut gemacht. Dann hat es aber der Wind auch ein bisschen geholfen und dann tatsächlich auch, es gibt ja zwei Hausboote, zwei Rollibote und die Frauen aus dem anderen Boot haben mir dann auch geholfen, das Ding anzuleihen, was übrigens Usus ist. Das war nicht nur bei mir so, Michael, man hilft sich gegenseitig. Habe das Einparken auch noch geschafft, habe festgemacht am Steg und dann ging der Tag so langsam zu Ende. Machte mir was zu essen auf dem Boot, mega Sonnenuntergang, an Deck. War dann noch duschen an der Außendusche und ich sage das nicht deshalb, weil ich sagen will, dass ich gerne dusche, sondern wenn du da so stehst und dann halt mit diesem kalten Wasser dich abduscht und dann halt diese ganze, unter dir sozusagen das Hausboote und dann diese ganze Wald-See-Szenerie und dann ist es kein Witz. Ich denke mir das nicht aus. Es springt halt noch ein riesiger Fisch irgendwo da auf dem See raus. Das ist schon geil. Klingt gut. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Bisschen kitschig, aber gut. Erfurt hat übrigens auch einen See. Es wird nicht mehr auf im Wasser. Der Alperstädter See. Sei nur kurz gesagt 15 Minuten außerhalb im Auto. Busse fahren nicht so oft, muss ich auch sagen. Ich glaube, die fuhren nur alle Stunde oder so. Das war jetzt so ein Mittel. Man kann ja auch mal im Rad fahren, wenn man Zeit hat. Aber ich bin jetzt kurz mit dem Auto noch hin auf dem Weg zu meinem absoluten Höhepunkt, nämlich dem Essen. Wenn ich da noch mal kurz vorbeigefahren, weil ich das sehen wollte, Naherholungsgebiet, klassischer See außerhalb von der Stadt. Hat tatsächlich dazu geführt, dass ich nach so einem Tag wie in Erfurt, wie ich ihn gerade beschrieben habe, im Schilf sitze und auf die sinkende Sonne schaue, wenn auf dem Wasser so ein paar Leute aufs Surfbrett ein Yoga machen oder so ein Segelboot vorbeifällt. Also könnte schlimmer sein für einen Abend in der Stadt. Danke, dass du diesen Rechercheweg für uns alle gegangen bist, Jochen. Ich gebe und gebe und gebe. Die schwimmenden Hütten sind da noch. Das habe ich nur von, das will ich nur, wenn Leute family-mäßig unterwegs sind, war ich jetzt ja nicht. Die heißen, glaube ich, tatsächlich schwimmende Hütten. Das werdet ihr finden, wenn ihr das googelt. Das ist eine Art von Unterkunft. Da siehst du einfach so einen Steg und da gehen da so ein paar Hütten zur Seite weg. Das habe ich dann aber noch mal im Netz gesehen. Da sind ja eher so Doppelbetten drin. Das ist also auch wie für Kids, weißt du, wie so ein Jugendherbergsding. Aber das klingt eh, sag mal so family-mäßig, klingt das eh alles super. Also das sind ja alle Sachen, die man mit Familie und Kindern super machen kann. Alles, was du beschrieben hast. Und das ist ja dann, keine Ahnung, morgens mit Kanufahren aufregend, Hausboot aufregend, Stadt sowieso Erfurt. Aber das klingt ja alles, und ich gehe jetzt mal von aus, dass Thüringen nicht ganz so teuer ist wie die Côte d'Azur. Wahrscheinlich nicht. Das klingt nach einem super Familienreiseziel. Es gibt ja ganz viele, ich weiß das noch von mir, wo du dann sagst, okay, nicht so weit, guckst bis auf die Kohle. Es gibt ja so Klassiker, Bayerischer Wald zum Beispiel. Oder halt Meckpom für die Hausboote. Meckpom, Schwarzwald. Es gibt ja so Familienreiseziele. Und da hatte ich jetzt bislang, Thüringen ist auch nicht so auf dem Schirm. Ja, also naturmäßig auf jeden Fall. Ich beende den Tag dann in der anderen Ecke abseits von Erfurt, auch wieder so 15 Minuten von der Altstadt entfernt, mit einem wirklichen kulinarischen Highlight, das ich uns einfach nicht vorenhalten kann und mit dem ich es jetzt nochmal richtig dreckig besorge. Danke. Tut mir leid. Auch wieder, es ist nicht geplant. Ich parke das Auto, steige aus, neben mir ein Fluss, die Gera. Wieder der Fluss wie aus Erfurt. Also würde man jetzt die theoretisch, ich glaube, das geht nicht, weil sie manchmal vielleicht zu flach ist, rausfahren, Richtung Süden, steigt man irgendwo aus diesem Fluss und steht da, wo ich stehe, dreht sich um, geht über die Straße und steht in einem kleinen Ort namens Bischlebenstädten, von dem ich auch noch nie vorher gehört hatte, Bischlebenstädten. Auch Größe Dein. Man steht vor einer riesigen Bachstelze. So. Du stehst vor einer riesigen Bachstelze. Die Bachstelze ist unter anderem Vogel, aber halt auch das Restaurant von Maria Groß. Ah. Ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, die nennt sich manchmal auch Maria Ostzone. Geht sich ja offensiv so mit seinem, mit dem Ossi-Sein um. Ist eine ausgezeichnete Köchin, die man vielleicht auch mal in den Medien gesehen hat, weil sowas wie Kitchen Impossible oder so war die auch schon und hat sich da bei Erfurt, vor den Toren Erfurts mit ihrem Partner Matthias wirklich eine kleine eigene Welt gebaut. Also man hat, man geht so ein paar Stufen hoch unter dem Bachstelzeschild durch und man entdeckt praktisch und man kommt an in so einem Garten mit so einem Häuschen im Grün, dass je länger ich da bin, mir scheint wie so eine Art Villa Kunterbund von Pippi Langstrumpf, wie so ein kleines verträumtes Häuschen. Künstlerhaus. Ja und auch verspielter Garten, überall was drin, an jeder Ecke ist dann ein Schild oder steht irgendwie eine kleine Figur oder irgendwas, alles hat irgendwie so Sinn und lässt dann irgendwie so psychedelisch schon ein bisschen abdriften. Lampillons in den Bäumen, philosophische Sprüche manchmal irgendwo, eine Art Außenbar ist da noch, da ist eine Figur, da ist ein Bild. Das Einzige, was fehlt, ist das Pferd von Pippi Langstrumpf, aber dafür haben sie da einen Pudel, der war auch relativ groß, so ein Pudelhund, der war auch sehr nett. Und der kam gleich zu dir. Natürlich. Alle Hunde lieben die Hunde. Ich kann ja so gut mit Hunden. Nein, das sagen ja alle. Ganz schöner Ort, so ein bisschen so verwunschener, kleiner, verwachsener Ort. Das Prinzip ist letztlich so, du buchst einen Tisch möglichst lange vorher, denn die Plätze sind schnell vergriffen, da wird jetzt nicht so auf Masse gegangen. Es gibt ein Menü an dem Abend. Welches? Weiß niemand bis zu dem Abend. Es gibt nichts. Also du kannst nichts sagen, du kannst Unverträglichkeiten sagen. Okay. Ja, das finde ich wichtig. Also keine Ahnung, wie lange hast du die Liste gemacht? So ein Büchlein, das sind meine Unverträglichkeiten. Ich schicke dir dieses, die 25 Seiten PDF schicke ich dann immer so rüber. Nein, nein, ich habe ja nur ganz wenige. Aber das war... Aber die richtig. Die richtig und es war total cool, wie sie darauf eingegangen sind. Ja, schön. Und ich schicke mir so, übrigens, das ist da nicht drin. Sagt dir der Typ, der mir das Essen gab. Und ich so, woher weißt du das? Aber ich finde das so cool, weil ich habe auch schon, ich nenne das keinen Namen, ich war auch schon in einem Restaurant, ist gar nicht so lange her, bei mir zu Hause in der Pfalz. So. Und da stand vorne, da kommst du da hin, gehst an den Tisch, machst die Speisekarte auf und da steht da schon vorne, hör mal, wir haben, das finde ich auch okay, jeder Gastronom, Gastronomie ist anders, aber das war so, da stand vorne, bitte, wenn sie bei der Reservierung sagen, was sie nicht vertragen oder was sie nicht möchten, dann können wir was ändern, ansonsten nehmen sie die Karte, bitte so wie sie ist. Bam. Willkommen in der Pfalz, in meiner Heimat, ich darf das sagen, weißt du so, Alter, was soll das denn? Und dann guckst du halt so und das fand ich schon krass und deshalb, ich kann mir auch vorstellen, dass es Gäste und Gästinnen gibt, die halt, keine Ahnung, ich hätte gern das von dem Gericht kombiniert mit dem Gericht, Menschen, gibt es ja alles und das ist, glaube ich, für eine Küche super anstrengend, aber so einen Zwischenweg finde ich dann halt schon super, also wenn du dann reservierst und wirst du schon abgefragt und die wissen dann und stellen sich ein bisschen auf dich ein, tipptopp, Doppeldaumen hoch. Genau, und sie stellen sich dann sozusagen nur deshalb kurzfristig auf dich ein, weil sie bis mittags nicht wissen, was sie machen, weil alles frisch ist und das ist halt so das Motto, das heißt, die Kollegin, Maria zaubert da wirklich, wirklich, lass es zwölf Gänge sein, es war komplett irre, raus, alles ist regional, bis auf, das haben sie ganz offen gesagt, bis auf den Käse, das Olivenöl und ein paar Weine, wir haben sehr viele Weine, was für dich interessant sein dürfte und wie gesagt, haben sehr gewissenhaft agiert, es geht los um 18.30, es endet gegen 22.30, wir reden von vier Stunden und was dazwischen passiert, ist halt wie gesagt was ganz Besonderes, also es gibt eigens ausgewählte Musik, die zum Essen gespielt wird, also wirklich ganz verspielt alles, auch so ein bisschen durchgeknallt, das meine ich voller Respekt, aber es ist echt so ein bisschen drüber, wo du denkst, okay, es werden Bücher auf den Tisch gelegt, die man zwischendurch lesen kann, wenn man will, meins war über die Sinnhaftigkeit des Rausches zum Beispiel, da blätterst du so nichts zu Absetzen, wie schön es ist im Rausch zu sein. Okay, das ist witzig, weil du brauchst ja für den Rauschen nur einen Schluck Gin Tonic fertig. Ja, ja, und du bist ja auf dem Trip, da essen andere, glaube ich, vier Kilo Pilze und wissen nicht, was drin ist. vier Kilo Pilze habe ich auch fast gegessen, aber es gibt Hörbücher auf der Toilette, also denkst du, ups, und ja, wie gesagt, vier Stunden in einer kleinen Parallelwelt, die liebevoll, warm, herzig und detailverliebt ist und bevor auch nur ein falscher Gedanke aufkommt, weil ich so viel drum herum rede, das Essen ist herausragend, ich habe zwölf Gänge ungefähr gegessen, ich habe noch keinen vorher so gegessen, abgefahrene Geschmackserlebnisse, also eine Weinbegleitung, wenn man will, aber auch eine alkoholfreie mit ganz abgefahrenen Fruchtcocktails, also drei dunkle Trauben, das war so, das war dunkler als jeder Rotwein, plus immer so Kräuter aus dem Garten von, ich glaube, Junge, Matthias, heißt ihr Partner, der macht die Drinks und macht diese Fruchtdrinks, da habe ich abgefahrene Sachen getrunken, also ich habe ohne Alkohol genommen, also sowas wie alte Birne und Wermut oder halt diese ganz dunklen Sachen mit ganz vielen Kräutern, die ich noch nie, also wirklich abgefahren bin. Aber das ist da, wo vorne ist, finde ich, also ich als der gern Wein trinkt, aber auch, es gibt halt immer mehr gute, sagen wir mal, alkoholfreie Weine, alkoholfreien Sekt, Bier sowieso, aber halt dann zu dem Essen so kreativ zu sein, aus Früchten oder Gemüsesäften und aus Essenzen alkoholfreie Sachen zu mixen, die dann perfekt zum Gericht passen, das finde ich mega spannend. Ja, und das macht den beiden Freude, also Essensbeispiele wären so, ich habe mal, eines gegangen war so ein Macaron, also wie so diese französischen Gebäckdinger, die so innen so ein bisschen cremig sind und oben drüben, wie so ein Mini-Burger, so aus sozusagen, mit fünf Forn von Paprika, also so, da ist ganz viel Paprika geschmeckt. Ein herzhaftes Macaron. Also so aus wie wieder so ein Spiel mit den Sinnen, mal flüssig, mal knusprig, so ein abgefahrener Zwiebelkeks irgendwie oder irgendwas, was gebacken wurde aus Kichererbsen, was ich überhaupt nicht zuordnen konnte zuerst. Eine unfassbar herzhafte, so ein, ich glaube, die haben mich über vier Gänge der sanften Geschmäcker darauf vorbereitet, dass sie mir dann mit so der, mit der herzhaftesten Soße meines Lebens und echten Thüringer Klößen wirklich das als Hirn rausgeboxt haben. Also so ein Spiel auch mit den Sinnen. Mal ein bisschen milder, dann ein bisschen krasser und so. Also einfach eine Sinneserfahrung. Ja, halt auf Niveau von Sterneküche in der Wilder Kunterbund. So, da passiert ja was im Kopf. Das kostet Geld. Das ist nicht billig. Da muss man gar nicht so tun. Ich lasse mich da bei 150 Euro gelegen haben oder 160 Euro. Ich glaube. Und wenn man nur Wasser trinkt, ist es das dann, wenn man jetzt auch noch nebenbei richtig spritten will oder sich den Helm lackieren will oder so, dann kostet er natürlich viel mehr. Muss man halt wissen. Ich wollte es nur erwähnen, dass es das gibt, weil es auch wieder Personen sind. Auch Maria und Matthias, genauso wie Tom oder Christian und auch ganz viele andere Leute, die ich getroffen habe, die einfach geile Sachen machen in Thüringen. Die einfach aufgeweckte Leute sind, die offen durch die Welt gehen, die Bock haben, dass da Leute hinkommen, die offene, positive, konstruktive Menschen sind, die dieses Land durchaus, wenn ich das mal mit Nachdruck sagen kann, gebrauchen kann. Ich rede jetzt von ganz Deutschland. Und das war einfach schön. Ich habe einfach eine Ecke erlebt Deutschlands, die viel differenzierter ist, als man das manchmal hat. Wie immer. Wie immer. Also es gab ja mal irgendwann die Zeit, als alle Leute in Deutschland gedacht haben, dass in ganz Südamerika nur mit Organen gehandelt wird. Weißt du noch so vor zehn, da gab es irgendwie drei Meldungen am Stück innerhalb von zwei Wochen oder so, dass irgendwo ein Organ rausgenommen wurde und dachten alle so, mein Gott, wenn du hinfährst, verlierst du die Leber oder so. Und natürlich passieren Sachen überall auf der Welt, die nerven und die auch richtig scheiße sind, wenn ich das mal so sagen darf. Aber natürlich ist es auch differenzierter. Es gibt vor allem die anderen. Es gibt die Leute, die sich viel Gedanken machen. Und es gibt einfach auch ein gesamtes Bild. Macht euch ihr eigenes Bild. Reisen, reisen, unser Motto. Ja, das nimmt man schon mit. Also man nimmt erstmal diese wahnsinnige Schönheit der Natur mit. Diese irrsinnige Vielfalt in Sachen Wassererfahrung, die in einer viel beschaulicheren und spektulären Form, als ich dachte, aber auch beschaulicheren Form, als man erwartet, auch anders in Deutschland, also viel beschaulicher als woanders in Deutschland, zu machen ist, in ganz, ganz vielen Facetten, eine Stadt, die unter zwei Stunden vor Berlin liegt, etwas über zwei von Frankfurt oder von München, muss man sich mal vorstellen, in der faktischen Mitte. Mitten in Europa, Thüringen. Eigentlich so fast das Herz. Genau. Und in Sachen Natur toll, in Sachen Kultur toll und halt auch in Sachen Menschen viel differenzierter zu betrachten, als man meint, man macht sich ein Bild von Sachen, die einem nicht gefallen, man trifft aber auch Leute, die genau das Gegenteil machen und die eigentlich noch viel wichtiger sind und die solche Sachen da schaffen, die es sonst einfach nicht geben würde. Ich bin super froh, dass du da warst, dass wir das gemacht haben und das hat jetzt gar nichts mit Thüringen zu tun, sondern wofür Reisen, Reisen steht, also durch die Welt reisen und einen Blick da drauf haben und das brauchen wir in Deutschland, nicht nur weltweit oder europaweit, wir brauchen es auch in Deutschland, dass wir da mehr reisen und unterwegs sind und auch in Regionen fahren, die jetzt nicht so vorne auf dem Schirm sind. Es macht auch mal Sinn, wenn man aus Görlitz vielleicht mal nach Saarbrücken fährt oder aus Flensburg halt, keine Ahnung, nach Freiburg, einfach mal, das sind jetzt so die weitesten Entfernungen, die mir so eingefallen sind, aus Gelsenkirchen mal, keine Ahnung, an die Müritz, wo es schön ist und da auch dann Leute trifft und wir, genau so, wie wir das überall bei Reisen, Reisen machen, müssen wir das, also diese Idee davon, dass man normale Menschen trifft und mit denen ins Gespräch kommt und sich austauscht und das ist ja für uns auch die große Neugier und die Sinn des Reisens und das musste ich immer das Ende der Welt sein, Belize, Australien, Südafrika oder Island, das kann man auch in Deutschland machen und dann haben wir auch sehr überraschend, ich feiere das, ich fliege weg, dass das so am Wasser ist, ich habe total viel gelernt, Thüringen, Wasser hatte ich so nicht auf dem Schirm, ich muss wieder nach Erfurt, ich war ja schon mal da und habe so Bilder im Kopf von so zwei tollen Abenden und bedanke mich auch für das Bild von dir in Kapitänsuniform auf einem Hausboot, lenkend will ich zwei Frauen auch zwei Subs überholen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, ihr Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Bilder und wir haben ja auch schon gehört, gibt es ja auch Bewegtbild von dir als Kapitän? Ja klar, ich schreibe euch ein schönes Reel, wie das junge Leute so machen, ich schreibe euch das bei Social Media rein, ihr kriegt alles, ihr kriegt die Nebeltour auf dem schönen Fluss, fucking Leute, ich sage es nochmal, unbegradigt, das ist ein unbegradiger Fluss durch die Natur, das ist selten, nehmt das zur Kenntnis, das meine ich todern, das hat mich wirklich und ja, wenn es das ist, was bleibt, ja, auch ich auf dem Hausboot. Ich habe noch eine letzte Frage, ich als Pfälzer mit einem der am schlechtesten, bewährtesten Dialekte der Welt, oder sag mal in Deutschland, hast du thüringerisch geladen? Kein, nein, aber es ist, es ist wie jeder andere Dialekt in einer Extremform kaum zu verstehen, aber es hat, ich finde es hat auch was Niedliches, es hat was, es hat was sehr Warmes, tatsächlich, was Herzliches, wenn es aus den Mündern von Leuten kommt, die ich getroffen habe, wenn die Worte schön sind und von Toleranz und Menschlichkeit zeug, ist es ein wundervoller, liebenswürdiger Dialekt, das ist Fakt und man, ich finde es ja immer spannend, weil du hast ja jetzt nicht wirklich ein Dialekt, du hast so zwei, drei Blattwörter und feierst das, aber du hast ja gar keine richtige Dialektsprache. Ne, das feiern andere, also das ist ja, nein, das ist überhaupt kein Vorwurf, aber deshalb, ich weiß nicht, ich finde, das hat ja immer so eine, oft wird es so über Dialekte halt, und ich kenne das ja als Pfälzer, wenn manche dann sagen, könntest du wieder umschalten auf Deutsch, aber ich, wenn ich, ich habe gerade die Tage einen alten Kumpel, der war zu Besuch hier und der auch perfekt Hochdeutsch sprechen kann, weil er in Berlin lebt, aber wenn wir dann abends alleine zusammensitzen und haben vielleicht schon mal ein alkoholfreies Bier getrunken und dann switchen wir in diesen warmen Dialekt dann irgendwie überein, weil es halt auch total Spaß macht zu sprechen und ich finde es ja schön, wenn man, am besten kann man irgendwie beides, dass die anderen einen auch verstehen, aber ich finde es ja immer toll, weil man so ein bisschen von diesem Gefühl halt transportieren kann. Also bei mir ist es schwächer, aber ich kann es auch nicht ausschalten. Also das ist glaube ich der Unterschied. Also ich habe mit steigendem Alter wurde mir immer öfter, wurde ich wieder öfter gefragt, ob ich aus Norddeutschland komme. Das war da auch so, in Thüringen. Also das ist bei mir tatsächlich, ich habe nicht diesen Schalter, aber ich kriege es auch nie ganz weg. Ja ganz wegkriegen. Mir ist auch ganz schnell, es ist auch völlig egal. Ja, es ist auch völlig egal. Aber es ist schon, wenn du weiter aus Erfurt rauskommst, geht es schon auch tiefer in den Dialekt rein. Wie gesagt, du siehst da dies und das und ja, also so sieht es aus. Also ich habe mir mal wieder einen kleinen blinden Fleck auf der Karte erarbeitet und du hast es gerade schon schön zusammengefasst. Und ja, also ich habe Platz für Natur gesehen in Deutschland. Selten, selten so viel Platz für Natur gesehen. Werbung. Ist das die Karte von Kalifornien, Jochen? Genau, liebe Chefin. In den nächsten neun Monaten nehmen wir euch mit auf einen mega Roadtrip durch Kalifornien, von dem ich hier immer mal wieder berichten werde. Und los geht's in San Francisco. Eine legendäre Stadt. Verrate uns deinen Lieblingsplatz dort. Der liegt an der Spitze eines riesigen grünen Parks, der von Traumstränden über Wald bis hin zu historischen Gebäuden alles hat. Und vor mir erstrahlt in ihrem legendären rot-orange... Die Golden Gate Bridge? Yes. Wow. Wo stehen wir? Auf den Presidio Tunnel Tops im Presidio Park. San Francisco ist ein absolutes Sehnsuchtsziel, von dem nur wenige auf dem Schirm haben, wie grün es ist. Zum Beispiel der neue China Basin Park direkt am Wasser. Oder Yerba Buena Island mit ihren sagenhaften Blicken auf die Stadt. Oder der Golden Gate Park mit seinen niedlichen, romantischen Ecken und der weltberühmten California Academy of Sciences. Du bist doch sogar mal über die Golden Gate Bridge in die Bay Area geradelt, oder? Ja. In der Bay Area erlebst du zum Beispiel hautnah, wie der Pazifik in riesigen Wellen auf die Küste der USA trifft. Oder beeindruckende Küsten-Mammutbäume im Muir Woods National Monument. Nur eine Stunde entfernt warten dann schon relaxte Surferstädchen wie Santa Cruz oder das nordkalifornische Wine Country. Das Fahrrad kannst du übrigens im süßen Küstenstädtchen Sausalito wieder abgeben und mit der Fähre zurück ins Zentrum schippern. All das ist nur der Anfang. Sowohl von San Francisco als auch von unserem Roadtrip California. Viel mehr bekommt ihr in den kommenden Monaten an dieser Stelle und bei uns auf Instagram. Hört auch gern mal rein in unsere Folge zu San Francisco von 2023. Alle weiteren Infos wie immer in unseren Shownotes. Dealing with mental health can be hard. All the influencers posts, articles, podcasts, tips about what to do, what not to do, silence retreats, yoga retreats. My friends tell me to take some me time. My mom says I need a boyfriend. Therapy? Impossible without insurance. Even with, it's expensive. UnitedHealthcare can help make getting mental health care easier with Mental Health Complete Plus provided by Teladoc Health. Unlimited virtual sessions. Only $59.99 a month. Visit mentalhealthcomplete.com to learn more. Käpt'n Schlemann, vielen Dank an die Passagiere und Passagierinnen von Reisen, Reisen. Sie können fluchen, aber erst müssen sie buchen. Alter. Oh nie. Wir landen, wo sie sich noch nie befanden. Jetzt fällt mir kein Reimer ein, es ist spät. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wie immer, wir freuen uns über Feedback, Kommentare auf Instagram, auf Facebook. Schenkt uns Sterne bei Spotify, macht die Glocke, an, macht Apple unsicher, schreibt von uns aus gerne tolle Sachen und vor allem empfehlt, wenn euch das wirklich gefällt, empfehlt uns weiter an eure Freundinnen und Freunde, das ist so das Wichtigste und reist gerne weiter mit uns. Es gibt ganz viele Folgen, wir haben eine große Audiothek, wenn ihr jetzt noch Lust habt, bleibt einfach dran und sucht euch das nächste aus. Wir sagen vielen Dank von der ganzen Reisen-Reisen-Familie und vom ganzen Team und wünschen euch alles Gute und eine gute Reise. Was sagt man als Kapitän? Ahoi! Ahoi, Jochen. Ahoi, Freunde. Ahoi. Reisen-Reisen Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz mit Jochen Schliemann 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 mit Jochen Schliemann